Wie die englische Fußball-Nationalmannschaft auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gegeben hat, wird Gareth Southgate nach 102 Spielen als Teamchef zurücktreten. Der Trainer wurde zuletzt heftig kritisiert und erlebte am Sonntag mit der Niederlage im EM-Finale gegen Spanien erneut einen bitteren Abend mit den Three Lions. Direkt nach dem EM-Finale am Sonntag in Berlin wollte sich Southgate noch nicht über seine Zukunft als England-Teamchef äußern. Zitat Ich glaube nicht, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, eine solche Entscheidung zu treffen, so der 53-Jährige damals. Kurz zuvor war er mit den Three Lions zum zweiten Mal in Folge in einem EM-Finale gescheitert. Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens für England zu spielen und England zu trainieren. Es hat mir alles bedeutet und ich habe alles gegeben, meldete sich Southgate in einer Aussendung emotional zu Wort. Allerdings sei jetzt der Zeit für einen Wechsel auf der Trainerbank. Ich hatte das Privileg, eine große Gruppe von Spielern in 102 Spielen anzuführen. Jeder einzelne von ihnen war stolz darauf, die drei Löwen auf seinem Trikot zu tragen und sie haben ihrem Land in vielerlei Hinsicht Ehre gemacht, stellt sich der 53-Jährige nochmal vor seinem Team, das nach der Niederlage gegen Spanien aktuell seine Wunden leckt. Jetzt freue er sich darauf, die Entwicklung der Three Lions als Fan weiter zu beobachten. Southgate war der erfolgreichste englische Chefcoach seit Weltmeistermacher Alf Ramsey. Gemessen daran bekam der 53-jährige Ex-Profi auf der Insel aber extrem wenig Respekt. Die Anhänger vermissten die spielerischen Glanzleistungen, Experten kritisierten regelmäßig seine vorsichtige Herangehensweise. Auch deshalb soll der ehemalige Fußballprofi jetzt die Reißleine gezogen haben und Platz für einen neuen Löwenbändiger gemacht haben. Gerüchte über seinen Nachfolger kursieren bereits seit geraumer Zeit. Dabei werden große Namen gehandelt. Genannt wurden bisher bereits Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder auch Thomas Tuchel. Ob einer der Kandidaten die Southgate-Nachfolge antritt, wird sich jetzt zeigen. Bisher hält sich der Verband noch bedeckt. Als realistischere Kandidaten für Southgate-Nachfolge gelten auf der Insel Eddie Howey von Newcastle United der ehemalige Chelsea-Trainer Graham Potter sowie der frühere Weltklasse-Spieler Frank Lampard. Auch der Argentinier Maurizio Pochettino wurde schon mehrfach genannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017